Ich muss in den Überwachungsraum und den Joker suchen. Ja, das ist echt witzlos. Also das automatische Gehle ist scheiße. Freunde! Killer! Willkommen zur ersten vierteljährlichen Leistungsbewertung. Wie Sie hier sehen können, befinden sich die Batman-Tode weit unterhalb der Prognosen. Da sollten wir aber dringend dran arbeiten. Und mit wir meine ich dich. Verstanden, Mr. Puschener? Und wer zur Hölle bist du? Ich bin der Typ mit dem Geld. Und der Knarre. Also, wenn ich dich anheure, den Batman zu töten... Hältst du die Klappe und tötest den Batman! Hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Das dachte ich... Dieser Obstkuchen ist fantastisch! Will einer ein Stück? Alles klar? Die Versammlung ist vertagt. Raus mit euch und tötet Batman. Beweg dich, Großer. Nein, er kommt dich holen. Und wenn er hier ankommt, werde ich ihn töten. Also wartest du. Na, das sollte spannend werden. Dieser Aufzug sollte mich aufs Dach bringen, damit ich hier rauskomme. Vielleicht können die Schockhandschuhe des Electrocutioners die Stromzufuhr wiederherstellen. Ah ja, Leichenplünderei. So mag ich das. Interessant, dass... Oh, die sind kein Ausrüstungsgegenstand. Interessant, dass Deadshot auf dem Bildschirm zu sehen war. Oh, hier ist alles eingeschneit. Das ist ja nicht so das perfekte Hotel. Ja, er ist im Penthouse. Wie ich sehe, hat mein Rat Ihnen geholfen. Mal wieder. Noch nicht. Es wird nicht leicht werden, an ihn ranzukommen. Die Aufzüge sind abgeschaltet und Jokers Leute sind überall. Sie finden zweifels ohne einen Weg da hoch. Ja, äh. Wann treffen wir endlich die Hotelgäste abknallen? Joker sagt, wir dürfen alle angefestigt im Weg, die wir finden. Die Gäste sollen eingeschossen bleiben. Am ja? Warum denn? Joker lässt das Etablissement von allen umgekehrten... Hallo. So, 50. Und das waren die 20 kritischen Treffer. Sieben Variationen. Na, da bin ich zu faul für. Du kommst ein bisschen spät zum Essen. Du hast dich dein Unterfreund wehen gefeiert und ohne sich mit der Wahlzeit anzufangen. Anscheinend bevorzugt erkannt. Aufstieg. Oh yes. Die Schockern-Schuhe. Oh ok. Was ist denn so? Okay. Was ist denn so? Was ist denn so? oh gott wie baufällig ist dieses hotel tschüssi oh mann du hast mir die 30er kombo versaut aber das waren eh ne 6 variationen na gut ok aber 7 ist eigentlich möglich wenn man noch irgendwas macht das sind zwei gerettete hotelangestellte für dich und ich liege immer noch weit vorne bei den getöteten angestellten ich weiß dieser ganzen geschenk nicht mehr so verlockend aber denk dran bevor du zugreifst sie sind nicht für dich hier kommt der weihnachtsmann das hat er nicht kommen sieht aus als wärst du derjenige der erschossen wird die dummen werden nicht wenig äußerst bedauernswend nicht einfach für mich pass auf du bist dann zu was glaubst du eigentlich wer damit oh ja gegen die wand ey oh die geben noch mehr die schockhandschuhe geben gleich mal zwei kombo und bei einem crit mal drei wow gefällt mir ich muss diesen lüftungsschacht hinauf kommen ich bin gleich da ich bin gleich da das man identify und b fern fern aber noch 24 kann koy Die Ich bin nicht zu sehen, aber zu spüren. Oh, ich dachte, es geht wegen dem... Mensch, lacht doch nicht, aber anscheinend doch. Waschmaschinen? Hm, nicht schlecht. 25. Stock. Sind wir schon oben? Kann ich nicht sehen. Unglaublich. Mit diesem Penthouse haben Sie sich selbst überkochen. Das Wart hat drei verschiedene Sorten Seife. Ich mag mehr Zeit für so viel Hygiene. Ich springe meistens nur in einer Wandersäure und lass es gut sein. Was ist das? Gefällt dir, was ich mit dem Laden gemacht habe? Ich weiß, ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Ich bin halt immer noch in einem Hotel. Das ist beeindruckend. Klopp. 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 Ich mag Klopp-Geräusche. Klopp. Klopp. Da kommt die Kinderfledermaus. Bei mir. Zutan. Ich versteh nur nicht, warum er es an unseren B pollengebeten musSTE. Ja. Als ihr erster angefangen habt zu scheinen? Da und mich ehrlich bin. Und wie ich das habe. Ich auch, das ist eindeutig lustiger als für Black Mask, die ich angelegt habe. Hey! Okay, fangen wir nochmal an. Wie oft wollt ihr mich denn eigentlich noch unterbrechen? Komm. Okay, ich hab die Schnauze voll. Hol mal jemand die Schaufel! Ja! Ah! Wow! Er gibt nicht auf! Oh Mann, ich wollt grad noch... Oh! Egal, passt, das waren sieben. Drei oder mehr Gegner mit einem Multiboden. Ja, das ist einfach. Ich hab dir für einen stillgelegten Freizeitpaar gebracht. Du hättest das Gesicht des Maklers sehen sollen, als wir ihn mit Handschlag versiegelt haben! Ich brauch Elektronen. Ey! Nein! Oh! Nein! Oh! 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 Oh !